Musik 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 Einen schönen guten Morgen liebe Traderinnen und Trader. Willkommen zur Marktbesprechung heute am Tag der FED-Konferenz um 20.30 Uhr. Wir schauen heute Morgen auf US-Dollar, Schweizer Franken, Austral-Dollar, Kan-Dollar und Schweizer Franken, japanisches Yen. Das Ganze gleich auf der Agenda zu morgen. Zudem an dieser Stelle erst einmal einen guten Morgen an alle, die hier auch live zuschauen. Die Grüße gebe ich gern zurück und kurz noch eine Frage an die Zuschauer hier bei Zoom. Ist Bild und Ton übertragbar? Ich frage das jetzt an dieser Stelle, weil das manchmal noch etwas hakt, aber das arbeitet sich so langsam ein. Das heißt, da wäre ich sehr erfreut, wenn es kurz eine Rückmeldung gibt, ob alles passt. Es passt alles. Das ist ein Traum. Danke für die Rückmeldung. Und wie schon gesagt, wenn jemand einen Wunschmarkt zur Analyse hat, bitte rein in die Chats auf Facebook und GoToWebinar. Ich nehme mich dem Ganzen selbstverständlich gerne an. Wir machen weiter mit dem Blick auf die Risikoseite. Bitte den Risikohinweis in Gänze zur Kenntnis nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs of Margin, der kann zu Verlusten führen. Das damit und dann gehen wir hier an dieser Stelle zur Tagesschau, zumindest der Übersicht zu den Tagesnachrichten. Wir sehen es, der Tag heute sehr US-lastig. Wir sehen es, am Nachmittag kriegen wir ein bisschen was zur Warenbilanz, zu den Einzelhandelsbeständen. Wir kriegen 16 Uhr die Hausverkäufe, die schwebenden. 16.30 Uhr gibt es dann die Rohöl-Lagerbestände. Gestern der API deutlicher Rückgang. Von der Seite her bin ich gespannt, was hier passiert. Und dann gibt es um 20 Uhr das FOMC-Statement mit der Zinsentscheidung. Und um 20.30 Uhr dann die Pressekonferenz der FED, wo Paul etwas zur aktuellen Lage sagen wird. Aber gestern ist was passiert. Das passiert nicht allzu oft. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann das das letzte Mal so weit gewesen ist. Aber gestern hat die FED bereits verkündet, öffentlich und offiziell verkündet, dass das laufende Kreditprogramm bis Ende des Jahres verlängert wird. Das muss ich sagen, ist eine Sache, die hat schon etwas Prägnantes an sich. Macht sich die FED etwas Sorgen, dass es hier weiter deutliche Probleme geben wird? Macht sich die FED Sorgen, dass es deutlich mehr Unternehmen gibt, die hier die Kreditspritze brauchen und das Ganze anzapfen müssen? Das ist die große Frage. Und das nächste ist ja, ich hatte es gestern schon gesagt in meinem Wall Street Traders Lunch, was passiert denn, wenn sozusagen dieses Arbeitslosenprogramm, was jetzt gerade läuft, das läuft ja Ende Juli aus, wenn das tatsächlich nicht verlängert wird? Das kann Probleme geben und deswegen ist die FED hier etwas zurückhaltend. Zumindest lese ich das Ganze so. Ich bin sehr gespannt, was passiert. Auf alle Fälle schwächt das weiterhin den Dollar. Das sehen wir ja entsprechend auch an den Währungen. Da schauen wir, wie schon gesagt, heute an dieser Stelle entsprechend auch mit drauf. So, also das dazu und wie schon gesagt, Fragen gerne in die Chats und wir machen los hier an dieser Stelle mit dem Blick in die Chats. Heute sehr, sehr währungs-, ja, stark, ja, wir starten durch mit dem Währungspaar Austral-Dollar, kanadischer Dollar. Hier der Blick in den Tag mit einer schönen Verortung. Keine Sorge, wir gehen gleich auch in die kleineren Zeiteinheiten rein. Ich brauche hier nur mal kurz den Tag, um zu zeigen, wo wir gerade festhängen. Und zwar schaut hier drüben dieses obere Umkehrlevel, als dieser Abwärtstrend hier drüben angefangen hat. Das ist die Marke von 0,95800. Von der Seite her ist es sehr, sehr interessant zu sehen, was jetzt hier passiert. Einmal sind wir ja schon drüber gelupft in der letzten Woche. Da das Hoch bei 0,964 geschrieben. Die Korrektur, schönes Umkehrlevel übrigens hier. Das Ganze an der Stelle hier bei 0,95800 ging es ja drüber und dann drunter in den kleinen Kaufbereich bei 0,95 und dort direkt wieder hochgegangen. Das ist interessant. Und wenn sich die Währung jetzt tatsächlich wieder über diesen alten Verkaufsbereich aufmacht, dann haben wir Platz nach oben. Und wenn ich das kurz mal in die Woche hoch schiebe, dann sehen wir, wo die Luft hier hingeht. Wenn wir tatsächlich zur Trendfortsetzung auf Tagesbasis kommen, liegt hier oben, schaut es euch an, 0,977, der nächste größere Anlaufpunkt. Das ist ein Hausmarkt und das ist schönes Potenzial zur Oberseite. Und wie das Ganze jetzt hier ausschaut, das schauen wir uns einfach auch mal an. Hier sehen wir schön der Aufstieg nach oben hin und das Ganze jetzt im Verharren unter dem Widerstand hier drüber, drunter und jetzt nach oben. Das heißt, im Vier-Stunden-Bereich trendet der Markt schön nach oben. Wir sind in eine ordentliche Korrektur gefallen und ich hatte es ja vorhin im Tagesschat auch schon gesagt, dieses Level, was wir hier an dieser Stelle haben, kurzen Augenblick, ich grenze es mal eben ein. Hier an dieser Stelle, dieser kleine Bereich hier, der hier, der ist interessant gewesen, den haben wir hier angetestet. Das war hier der kleine Kaufbereich, als der Markt schön deutlich nach oben ausgebrochen ist und der hat hier gehalten, um den Markt wieder nach oben zu schieben. Und damit haben wir jetzt wirklich ein gutes Potenzial, oben rein zu laufen, 0,96, 4, der nächste Anlaufpunkt. Und wenn die Stärke dort dran bleibt, dann haben wir gutes Potenzial zur Oberseite hin. Diejenigen, die sich sagen, okay, wir trauen dem Frieden nicht so richtig, wir müssen uns auch mal so ein bisschen die Schwarzseite anschauen, ganz klar natürlich, das kann natürlich auch passieren, dass wir hier die Longseite nicht weiter fortsetzen, sondern vor dieser Oberseite entsprechend rumdrehen. Und wenn das passieren sollte, dann können wir uns natürlich die Unterseite anschauen. Jetzt hier mit Blick wäre der kurzfristige Anlaufpunkt, wenn es nicht weiter hoch gehen sollte, natürlich erst mal hier unten wieder dieser Drehbereich um die 0,95. Danach natürlich die tieferen Bereiche hier. Dieses Fortsetzungslevel um die 0,94, 3 wäre dann der nächstiefere Anlaufpunkt. Nach unten hin gibt es auch noch ein paar, aber man muss erst mal schauen, wie das Ganze hier mit anläuft. Und das Ganze schauen wir uns mal eben noch im 15-Minuten-Chart an, damit man sehen kann, was hier entsprechend los ist. Und hier sehen wir es also auch aktuell, das ist die Trendfortsetzung, was hier so schön nach oben mit läuft. Und hier ist es halt tatsächlich dann die Sache, schaut mal hier, da oben ist das Trendhoch, das ist das Zwischentief der Korrektur gewesen. Und die Schurzseite sieht dann halt wirklich so aus, wenn wir jetzt tatsächlich rumdrehen sollten und hier nicht den Move nach oben finden, sondern vor dem Hoch die Unterseite beleuchtet und der Markt hier runterschiebt, dann hätten wir hier mit Kursen unter diesem Level hier unten, unter hier diesem Zwischenbereich um die 0,95, 6 in etwa, da dann den kleinen Trend nach unten. Das sind, wie schon gesagt, in den 15 Minuten, dass es doch noch ein bisschen tiefer gehen könnte. Das wären erste Indizien dazu, wenn der Markt rumtritt. Wenn der nicht rumtritt, läuft der eh nach oben weiter. Das ist also an der Stelle her keine große, problematische, dramatische Situation, die wir haben. Also Austral-Dollar, Can-Dollar schaut zur Oberseite hin, wirklich sehr, sehr interessant aus. Trendfortsetzung hat viel, viel Potenzial zur Oberseite. Weiter geht es mit dem Währungspaar Schweizer Franken, japanischer Yen. Das kurz hier der Blick in den 4-Stunden-Chart. Ich möchte zuvor allerdings noch mal ganz kurz in die große Zeiteinheit reingehen, damit wir mal sehen, wo wir hier stehen. Das ist so ein bisschen ein Early-Bird-Signal, was wir hier an dieser Stelle haben. Die Frage, die sich hier stellt, ist, kommt der Markt tatsächlich jetzt unten aus dem Knick und schiebt die Bewegung wieder nach oben an? Und das ganze Thema stellt sich jetzt hier natürlich. Bezogen hier die Verortung aus diesem Aufwärtstrend, den wir hier haben, hatten wir die Situation. Wir sind ordentlich reingelaufen in die Korrektur. Momentan ist Zwischentief. Ist die 114.12, diese kleine Marke hier unten. Und jetzt sehen wir halt, der Markt, der will erstmal noch nicht richtig runter, äh hoch, aber richtig runter will er auch nicht. Das heißt, er nimmt die tieferen Kurse immer wieder an, zum Kauf, zur Oberseite hin. Und das ist jetzt interessant, wenn wir uns gleich auch mal den untergeordneten Trendverlauf anschauen. Wenn wir tatsächlich oben drüber fliegen, hier über dieses Level wieder, was dieser alte Kaufbereich war, haben wir gute Chancen hier, das Vortageshoch in Angriff zu nehmen. Das Licht bei 114.83 und dann die Dynamik zur Oberseite wieder auszuweiten. Fallen wir allerdings unten drunter, spricht das ganz klar für die Ausweitung der korrektiven Phase. Also auch hier sind für beide Trading-Ansätze für die steigenden, sowie auch für die fallenden Kurse Möglichkeiten da. Nach unten hin müssen wir schauen, bricht der Markt unter die 114.12 drunter, das ist das Tief dieser Kerze hier, das aktuelle Korrekturtief. Dann können wir nach unten weitere Werte sehen. Und das sehen wir jetzt momentan einfach mal mit Blick, sozusagen hier mit rein in sozusagen den 4-Stunden-Chart. Und hier sehen wir es, das hier ist der korrektive Abwärtstrend. Und jetzt haben wir tatsächlich die Chance für die Long-Seite genauso wie die Chance für die Short-Seite. Chance für die Long-Seite bedeutet, wir steigen hier über die 114.60 an und laufen über die 114.83 drüber. Dann haben wir hier untergeordneten kleinen Aufwärtstrend, der dann tatsächlich das Potenzial hat, hier die Oberseite anzulaufen, das Korrekturhoch oben rauszunehmen. Also das ist das Korrekturhoch der Abwärtsbewegung hier, also der korrektiven Phase, das letzte Zwischenhoch bei 115.28, um dann aufs Strandhoch des Tages bei 115.67 ranzugehen. Das ist das erste Szenario. Tut uns der Markt allerdings nicht den Gefallen, ist die Situation, die wir jetzt hier aktuell haben, hochinteressant für die kurzfristigen Trader. Denn wir sehen es hier, wir sind ja momentan in der Korrektur verortet. Und wenn sich jetzt an diesem alten Kaufbereich hier plötzlich Abwärtsgabedruck ergibt, so wie wir das jetzt hier an dieser kleinen schwarzen Kerze sehen und sich das nach unten ausweitet, das wäre durchaus interessant für die Kurzfrist-Trader hier Richtung Zwischentief hier, das Kerzentief zu gehen und dann ins Trendtief reinzugehen und darauf zu setzen, dass der Markt tiefer fällt. Und Anlaufpunkte nach unten haben wir auch, sehen wir hier, schön im 4-Stunden-Chart, schaut mal hier, dieser Drehbereich um die Marke von 114 japanischen Yen und dann läuft es tiefer hier, da 113.72, haben wir ein Low und hier haben wir noch ein Low bei 113.300, diese Marke. Und auch hier kurz noch der Blick in den 15-Minuten-Chart, hier mache ich aber mal die Trenderkennung kurz raus, das verwirrt uns hier an dieser Stelle nur. Also wir sehen es hier an dieser Stelle, das ist mal sozusagen jetzt der Abwärtstrend, den wir hier da haben, der ist ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, nicht ganz so schick, aber egal, hier, das ist das in den 15 Minuten, wie wir es laufen haben, hier, so läuft er momentan hoch. Und wie schon gesagt, wenn wir das kleine rausnehmen, das heißt hier anfangen tatsächlich einen Abwärtstrend zu bilden, wäre das eine Indikation dafür, dass wir tiefer wollen. Und wir sehen es ja hier an dieser Stelle auch, dieses kleine Zwischenlevel hier unten, das ist mal vom letzten Aufwärtsschwung, was wir hier haben, ein Zwischentief, Kurse darunter bestätigen, die Kerze, die wir gerade in den 4 Stunden gesehen haben, so ein bisschen im Verlauf nach unten. Und das gibt uns die Chancen, hier ein bisschen reinzulaufen. Zunächst einmal hier, was da zu bemerken wäre, wäre, opa la, das war natürlich falsch, jetzt muss ich das Programm ausmachen, so, jetzt kann ich hier wieder zeichnen, was an dieser Stelle natürlich zu bemerken wäre, ist der Anlaufpunkt hier unten. Also hier erstmal dieses kleine Zwischentief bei 114,25, das wäre, wenn hier tatsächlich die Bestätigung unten drunter kommt, mit Blick in Schweizer Franken, japanisches Yen. So, da hätten wir das mit durch und dann gehen wir weiter in der Geschichte hier zum US-Dollar, Schweizer Franken. Haben wir hier, blicken wir hier in den Tagesschart, wir sehen es, das Teil steht echt am Jahrestief. Ich mache mal kurz den Monatschart nach auf, hier müssen wir wirklich so weit runter gehen oder in den Zeiteinheiten so weit hoch gehen, weil wir viel Historie an dieser Stelle brauchen. Guckt euch mal an, wir sind jetzt hier am wichtigen Tief des Jahres, das heißt, wir haben jetzt hier ein neues Jahrestief geschrieben. Der Markt verkauft ziemlich stark ab. Wir haben hier die Range von der Oberseite und der Unterseite da und wir verlassen diese große, große Range gerade nach unten. Ich mache das Ganze mal hier etwas in einer bläulichen Farbe. Machen wir es mal hier. So, schaut mal, das hier wären die wichtigen Marker oben und unten. Wir müssen uns jetzt zur Oberseite gar nicht orientieren. Zur Oberseite wird es nur dann interessant, wenn es hier unten tatsächlich einen Bounce, also einen Rückspringer gibt, wie wir es hier gesehen haben. Wie wir es hier gesehen haben, das könnte natürlich auch passieren. Deshalb können wir die Longseite jetzt ruhig auch mal in die Handelsbesprechung reinnehmen. Aber die Shortseite ist auch interessant. Bleibt der Markt hier einfach so, dass die Kurse deutlich weiter nach unten gehen, ist der nächste Anlaufpunkt mal hier zu sehen. Schaut mal hier unten dieses Tief, dieses Monatstief um die 0,9075 wäre der nächste Anlaufmarker. Im nahen Bereich und im etwas weiteren Bereich hier unten das Schwunglevel um die 0,879. Ob es soweit kommt, keine Ahnung, aber es ist auf alle Fälle etwas da, was wir nach unten zur Orientierung suchen können. Und deswegen schauen wir uns jetzt mal den aktuellen Verlauf an. Wie schon gesagt, das hier ist aktuell einmal der Blick in den Tagesschat hinein. Und hier sehen wir es, dass die Kerze hier von gestern und diese Kerze von gestern, die hat halt eine gewisse Relevanz, weil halt eine gewisse Unsicherheit auch da war. Wenn man sich das mal anschaut, oben und unten, die Schatten sind in etwa gleich groß, der Kerzenkörper in etwa in der Mitte. Und man hält sich hier im Bereich dieser Unterstützung um knapp 0,91,9. Bringen wir den Markt allerdings hier tatsächlich nach oben hin voran. Das heißt, kommt der Markt möglicherweise mit Stärke zurück, sieht momentan überhaupt nicht so aus. Also in keinster Art und Weise. Wir sehen hier noch nicht mal den Versuch einer Bodenbildung. Aber wenn das passieren sollte und wir tatsächlich über diesen Bereich hier ansteigen, die 0,91,9 rausnehmen, nach oben hin, dann werden wir im Anlaufbereich mal zumindest ansatzweise mit der Chance gesehen, dass wir das Tageshoch von gestern mal in Angriff nehmen. Das ist die 0,92,300. Und sollte es tatsächlich zu einem starken Anstieg hier in diesem Bereich kommen, ja, dann müssen wir einfach sehen hier oben die 0,92,3, 0,92,6. Das wären mal weitere Anlaufmarker. Die sehen wir hier beispielsweise mit Blick in den 4-Stunden-Chats. Das sind die Hochs, die wir hier in etwa gehabt haben, beziehungsweise hier dieses Verkaufslevel in diesem Bereich. Das ist da. Aber man muss an dieser Stelle auch mal wirklich konstatieren, dass der US-Dollar tatsächlich so extrem schwach ist, dass ich persönlich jetzt hier eher die Unterseite sehe. Man muss aber sehen, wie es kommt. Wir sehen es aber hier, der 4-Stunden-Trend, er ist einfach schwach. Wir sehen hier eine schwache Konsolidierung. Wir testen einfach nochmal diesen Bereich hier an, um dann nach unten abzutauchen. Wie schon gesagt, Kurse unter dem Tief von gestern, 0,91,55 haben wir das gehabt, sprechen ganz klar. Für eine Fortführung der Geschichte zur Unterseite hin. Das Ganze hier mit Blick in den Tagesschart vom Schweizer Franken. Wir hatten den Monatschart und auch das Kleine hier natürlich rein in den 4-Stunden-Chart. Damit hätten wir die vier, beziehungsweise die drei gerade besprochenen oder avisierten Handelsindee durchgesprochen. Wer das nochmal nachlesen möchte, kann das übrigens auch tun. Ich weiß ja, dass diese Videos auch immer wieder von Traderinnen und Trader im Nachgang angeschaut werden. Einfach mal auf die Webseite von Tickmill gehen, hier tickmill.ceo.uk.de. Da gibt es den Blog. Auf der Seite kann man sich auch sehr, sehr schön informieren über die sehr kompetitiven Konditionen hier im Trading. Es gibt die Handelsinstrumente im Forex, Aktienindizes, Öl, Edelmetalle und Anleihebereich. Das, was wir hier also regelmäßig besprechen. Das heißt, einfach mal hier draufklicken. Kompetitiv auf alle Fälle. Top Kursstellung. Sehr, sehr gute Konditionen. Und wer die Blogs lesen möchte, hier die täglichen Handelsideen, Tickmill, tägliche Handelsideen, werden immer hier entsprechend veröffentlicht. Die stelle ich jeden Morgen vor Marktbesprechung ein. Sonntags auch das Research am Sonntag. Hier sieht man es, Tickmill Research am Sonntag. Das sieht man immer da. Und wer dann reinschaut hier beispielsweise auch in das von gestern, beispielsweise hier, da hatten wir Euro-britisches Fund. Da sieht man nochmal die Charts. Da sieht man nochmal die Beschreibung des Ganzen. Und unten kann man sich immer direkt nochmal das Video anschauen. Also für diejenigen, für die das interessant ist, einfach hier die Website von Tickmill mal aufrufen. Oder aber für Zoom anmelden, beziehungsweise hier bei Facebook direkt die Seite von Tickmill Deutsch liken. Und da wird auch nichts verpasst. So, jetzt muss ich mal schauen. Wir haben, glaube ich, noch Wunschmärkte. Euro-britisches Fund, auch mit Bezug auf die FED heute Abend. Sehen wir die 1,30 oder gibt es eine Korrektur? Wie schätze ich das ein? Das ist Nummer 1. Und dann haben wir noch die Frage, ob wir aufs WTI eingehen können. Das schaffen wir zeitlich. Das heißt, wir blicken erst einmal hier drauf. Ganz klar auf die Währungsseite. Hier das britische Fund. Das haben wir ja gestern besprochen. Und heile Witzker, ist das nicht hervorragend? Und wie Klasse der Trade auch angelaufen ist. Wie schön wir dynamisch nach oben gelaufen sind. Und mittlerweile hier oben an diesem Drehbereich bei 1,29,3 entsprechend angekommen sind. Das ist hier hochinteressant. Jetzt stellt sich hier die Frage, was können wir durch die FED erwarten? Also, wir haben ja gestern schon die Information bekommen, dass die FED entsprechend hier das Kreditprogramm erweitert. Und was wir hier an dieser Stelle sehen, ist dann natürlich auch dieser starke Move, der darauf hingekommen ist. Und hier die Konsolidierung. Aus rein charttechnischer Sicht ist es momentan sehr, sehr gut zu sehen, wie sich das Währungspaar hält. Denn das Währungspaar konsolidiert oben genau in diesem Widerstandsbereich. Da gibt es momentan zumindest keinen starken Abgabedruck. Das ist sehr, sehr interessant zu sehen. Das heißt, der Markt macht sich hier bereit, weiter nach oben anzusteigen und gen 1,30 zu laufen. Das Potenzial ist definitiv vorhanden. Wir sehen das ja auch charttechnisch hier oben. Der nächste kleine Anlaufpunkt, den haben wir hier drüben bei 1,29,75 und dann ist der Weg hoch Richtung 1,30 ja gar nicht mehr weiter. Wir haben sogar zur Oberseite deutlich mehr Potenzial, wenn wir uns das Ganze mal kurz anschauen wollen. Hier oben dieser Drehbereich um die 1,32, 1,33 hier ist durchaus ein relevanter Bereich, wo wir reinlaufen können. Und das ist schön zu sehen. Wie es weitergeht um die FED, das hängt immer so ein bisschen darauf an. Also die technische Situation, ich habe es ja gerade beleuchtet, da haben wir durchaus Chancen, gut nach oben anzusteigen. Hier sehen wir es auch im 4-Stunden-Chart. Der Markt dreht gerade um. Aus der kurzen Korrektur kommt er oben raus. Das sieht man auch schön in den 15 Minuten. Schaut es euch an. Das hier war der korrektive Abwärtstrend. Hier drehen wir jetzt schon rum und wenn wir hier oben über dieses Level drüber laufen, dann haben wir wieder den Aufwärtstrend. Dann haben wir hier ein höheres Tief, hier dann ein höheres Hoch und schon haben wir wieder die Drehsituation im kleinen Bereich, dass der Markt wieder in Richtung des 4-Stunden-Trends läuft und dann läuft das Ganze natürlich auch in Richtung des Tagestrends zur Oberseite hin. Jetzt kommt es natürlich auch darauf an, was passiert heute Abend, wie genau gibt sich die FED. Ich hatte vorhin ja auch schon gesagt, ich persönlich lese aus der sehr, sehr vorsichtigen Kommunikation, dass die FED auch schon vor der eigentlichen Sitzung etwas gesagt hat zum Kreditprogramm. Das sehe ich persönlich ein bisschen so, dass die FED die Märkte vorbereiten will auf ein etwas düsteres Bild. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn der Markt tatsächlich schon in Deckung gegangen ist, beziehungsweise das schon eingepreist hat, ob wir dann erstmal einen Rücksetzer sehen oder nicht. Das kann man natürlich nie ausschließen und man weiß auch nicht genau, was die FED an dieser Stelle sagt. Und an einer Sache müssen wir auf alle Fälle festhalten und zwar ist das Folgendes. Die ganzen Maßnahmen, die die FED gebracht hat vor der Ausweitung dieser vielen, vielen Corona-Fälle in den USA, hat die Wirtschaft wieder angefangen, sich zu erholen. Das kann man nicht wegwischen. Also das hat schon funktioniert. Das ist natürlich gefußt darauf, dass man die Corona-Krise irgendwo in den Griff bekommt. Jetzt ist das Ganze weg. Die Corona-Krise ist raus. Sie weidet sich weiter aus. Das heißt, dass dieses Feld erstmal weiter ein Belastungsfaktor sein wird. Wir haben aber gesehen, dass sobald sich das Ganze wieder bessert, die Wirtschaft relativ schnell wieder Fahrt aufnimmt. Und das ist jetzt die interessante Sache. Wie geht es hier weiter, ja? Und das ist so ein bisschen die Stellschraube. Und da würde ich sagen, kommt es auch so ein bisschen darauf an, wie sich die FED entsprechend äußert und wie das Ganze sich entsprechend auch gestaltet, wie die USA jetzt irgendwo dieses Thema Covid-19 versucht in den Griff zu bekommen oder auch nicht. Und eine weitere, sag ich mal, Schwächung der US-Wirtschaft wird hier auch den US-Dollar weiter schwächen. Und das spricht dann eher dafür, dass hier das Ganze, das britische Fund-US-Dollar, dass wir hier die Kurse eher auf der Chart-Oberseite sehen werden. Aber da hängt es ein bisschen davon ab, was die FED heute Abend macht. Aber es ist noch sehr, sehr viel Zeit bis heute Abend hin, sodass zumindest kurzfristige Ausbrüche nach oben definitiv das Potenzial haben, hier ein bisschen was zu reißen. Das dazu. Und dann schauen wir noch auf das WTI. Da haben wir auch noch eine Frage bekommen. WTI. Übrigens hier bei Tickmill, wer das WTI noch kennt als WTI klassisch. Das WTI als dieses Pool ist nur in der Closing Position. Tradepar ist das Ganze hier unter dem Kürzel XTI-USD. Das heißt, das haben wir hier. Ja, und beim WTI muss ich sagen, boah, es ist voll langweilig. Es tut sich nichts. Der Kurs hängt oben am, hier oben am Level dieses Ausbruchsbereiche, dieses Gap-Beruchsbereichs. Wir sehen es, der Markt will dort nicht richtig hoch. Wir sehen weiterhin eher eine keilförmige Geschichte. Das heißt, wir sehen, langsam steigen wir zwar an, ja, aber es kommt nicht so richtig Schub nach oben rauf. Und sogar gestern die kleine Meldung, dass der Rohölbestand der API nach unten gegangen ist, hat hier für nichts gesorgt. So wie wir auch in den letzten Wochen Dinge hatten, die für nichts gesorgt hatten. Das heißt, das klemmt da oben fest, das ist für mich ein Zeichen von starker Unsicherheit. Weil im Normalfall werden diese Konstellationen, wenn man wirklich hier hält, das ist so ein Inhalten auf hohem Niveau und irgendwann knallt es halt oben durch. Aber ich habe hier so ein bisschen im Hinterkopf, dass gerade beim WTI auch die Sorge dafür da ist, dass wir etwas erleben, wie wir es schon vor zwei Monaten, wo das, wann war das hier gewesen? Mal mal kurz gucken. Das war gewesen im Juni, genau Anfang Juni, wegen der Kontraktausläufe. Also das war schon echt heftig, was da passiert ist. Und das ist die Problematik, die es beim WTI auch immer gibt. WTI kann halt nicht so oder wird halt nicht so einfach gelagert wie das Brand. Da gibt es nicht ganz so viele Lagerstätten. Und wenn man dann plötzlich die Kontrakte zur Auslieferung fällig hat und man will das Zeugs aber nicht haben, muss man das Ganze ja verkaufen. Das ist latent immer so ein bisschen das, was hier sozusagen vorhanden ist. Und hier kann es jetzt rein aus charttechnischer Sicht, sobald hier unten durchbrechen, durchaus zu einem starken Run nach unten kommen. Das muss man immer so ein bisschen auch auf der Uhr haben. Und ich warte mal heute ab, was sich ergibt aus den Zahlen heraus. Und wenn dann hier Bewegung reinkommt, gerade zur Unterseite, werde ich das Thema morgen nochmal etwas näher beleuchten, wo wir gute Anlaufpunkte haben. Und was sich durchaus mittelfristig ergeben kann, aus aktueller Sicht, wie schon gesagt, da oben. Das Teil ist wie tot, da tut sich absolut überhaupt nichts, ist quasi in meinen Augen hier an dieser Stelle auch nicht tradbar. Wenn man mal sieht, wie mini die Charts hier sind, wenn wir uns mal kurz den Stundenchart auch anschauen wollen. Da ist nicht wirklich viel an Bewegung da, weil der Markt läuft hier extrem seitwärts in einer sehr, sehr kleinen Range hier. Das ist ein Dollar, der sich hier, oder ein bisschen mehr als ein Dollar, wo es hier nach oben und nach unten schwankt an dieser Stelle. Das muss man sehen. Man sieht halt, von unten kommt es immer nach oben. Der Markt sucht die Unterseite und oben kommt kein Kaufdruck rein. Das heißt, wir haben hier oben fallende Kurse, wir haben hier unten leicht ansteigende Kurse. Also es ist ein tricky Bild an dieser Stelle. Wir müssen einfach schauen. Ich denke mal, ordentlich Bewegung kommt dann im Markt rein, wenn wir deutlich nach unten durchrutschen. Oder eine so gute Nachricht bekommen, dass der Markt endlich nach oben durcharbeitet. Und solange, wie das Ganze hier nicht passiert, ist der Markt einfach in einer Seitwärtsphase gefangen. Und dann muss man schauen, wie man damit entsprechend umgeht. Das dazu. Ich hoffe, das hat ein bisschen geholfen. Das passt. Und damit würde ich sagen, weitere Fragen sind nicht. Sag ich danke fürs Zuschauen. Bis morgen. Allen guten Trades. Ich freue mich drauf. Tschüss.